Vielen lieben Dank Kimi für die tolle Performance. Ein extra Applaus bitte. Wir kommen zu einem absoluten Megastar im internationalen Eiskunstlaufen. Ich lese vor. Silbermedaillengewinner der letzten Weltmeisterschaften. Four Continents Champion 2022. Dritter im Grand Prix Finale 2018. Fünfter bei den letzten Olympischen Spielen und durchgehend südkoreanischer Meister seit 2017. Die Rede ist von Yunwan Cha aus Südkorea. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020